1, 2, 3 Wer könnte das sein? Ein Hund! Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer fährt denn im gelben Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer könnte das sein? Natürlich, das ist eine Katze. Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer fährt denn im weißen Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer ist das? Es ist ein Waschbär. Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer fährt denn im schwarzen Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, 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 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer fährt denn im blauen Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer ist da? Natürlich, ein Krebs. Guckt euch seine Scheren an. Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer fährt im orangenen Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer ist denn so groß? Eine Giraffe. Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer fährt denn im grünen Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer könnte das sein? Ein Hase. Ein Hase. Guckt euch seine Löffel an. Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer sitzt in dem lila Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer fährt da? Wer fährt da? Ein Affe. Richtig. Auf der Straße fährt ein Auto und dort sitzt ein Passagier. Wer fährt denn im braunen Auto? Wenn du's weißt, dann sag es mir. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, tut, 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Tut, 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 1, 2, 3, guck ins Auto rein. Wer ist das nur? Ein Ferkel. Ihr seid echt super. Hut! Simpli. Aber duçu ist es. Die Leiste. Tut, 2, 3, guck ins Auto rein. ullah. Untertitelung des ZDF, 2020